Was ist das Interessante Phänomen bei der Logik? Dass man eben nicht anders kann bei einer korrekten logischen Folgerung, wenn man die Prämissen akzeptiert hat, auch die Konklusion zu akzeptieren. Und wir werden sehen, wie diese Art der Zwangsläufigkeit auch so ist. Auch so ein Zwang, der aus dem Denken selber herauszukommen scheint oder dem das Denken begegnet, das ihm widerfährt. Wenn Sie die zwei Prämissen und die Konklusion anschauen, dass Sie sagen, es ist unmöglich, die Prämissen zu akzeptieren und nicht die Konklusion. Und wir werden sehen, wie diese Zwangsläufigkeit der logischen Folgerung jetzt mit den anderen Zwangsläufigkeiten, also insbesondere der der logischen Wahrheit, zusammenhängt. Das werden wir aber erst gegen Schluss sehen, wenn wir den Begriff der logischen Folgerung dann genauer vor Augen haben. Dann gehen wir weiter zur logischen Folgerung. Und da müssen wir jetzt einen etwas längeren Anlauf nehmen. Und Sie werden vielleicht schon mitbekommen haben, dass ich diese Sachen relativ sozusagen in kleinen Schritten versuche zu machen. Das liegt eben daran, dass ich die Logik nicht auffasse hier als eine Disziplin, wo es darauf ankommt, dass Sie möglichst schnell einen Formalismus lernen und diesen Formalismus dann anwenden können. Sondern mir kommt es darauf an, die Logik wirklich als eine philosophische Disziplin aufzufassen. Und das bedeutet, dass Sie wirklich verstehen, was in den einzelnen Schritten passiert. Dass Sie wirklich merken, was hier eigentlich passiert, wie man zu den entsprechenden Begriffen kommt und was in diesen Begriffen dann wirklich drinsteckt. Und deswegen brauchen wir jetzt hier bei der logischen Folgerung einen etwas längeren Anlauf, auch wenn das Vorgehen im Grundsätzlichen ist wie früher, wie ich es immer gemacht habe. Nämlich man schaut sich irgendein Beispiel an und dann liest man an den Beispielen Eigenschaften ab. Und von dort her kommt man dann zu einer Definition. So habe ich es bei der logischen Wahrheit ja zum Beispiel gemacht, dass ich Ihnen dieses Spruch, dieses Sprichwort, wenn der Hahn kräht, auf Mist, dann ändert sich das Wetter. Oder es bleibt, wie es ist, dass man das angeschaut hat, analysiert hat, was sind eigentlich die Merkmale und von dort her dann begonnen haben, mehr oder weniger plausibel eine Definition von logischer Wahrheit zu entwickeln. Das mache ich hier im Prinzip auch, aber wir brauchen einen längeren Anlauf, weil wir etliche Zwischenschritte machen müssen, damit wir wirklich verstehen, was wir hier eigentlich tun. Und zwar sind Vorüberlegungen möglich, zunächst zum Begriff der Definition. Also was ist eine Definition eigentlich oder, falls es mehrere Sorten gibt, um was für eine Sorte-Definition handelt es sich eigentlich, die wir hier suchen, denn davon wird unser Vorgehen auch abhängen. Und nachdem ich das geklärt habe, werde ich Ihnen ein meines Erachtens sehr wichtiges und praktisches Hilfsmittel nennen, ein technisches Hilfsmittel, mit dem man es sich leichter macht, durchsichtiger macht, Definitionen eines bestimmten Typs aufzustellen. Wir werden also sozusagen uns selber beim Denken die ganze Zeit zuschauen und wissen dann wirklich, was wir tun, sodass wir nicht irgendwelche Sachen machen und gar nicht kapieren, was jetzt eigentlich passiert ist und am Schluss hat man irgendwas, was man dann nicht versteht. Ich werde Ihnen aber keine vollständige Definitionslehre, das ist Stoff für ein ganzes Semester, liefern hier, sondern nur eine Unterscheidung von drei Haupttypen von Definitionen, das können Sie auch sonst brauchen. Das würde ich zum Beispiel, wäre in der Einführung in die theoretische Philosophie genügend Zeit in die Sprachphilosophie aufnehmen, nämlich diese Haupttypen von Definitionen, das bekommen Sie jetzt hier, weil wir es hier wirklich brauchen, um zu verstehen, um was für eine Definition es sich handeln wird, wenn ich von der Definition der logischen Folgerung dann sprechen werde. Die drei Typen von Definitionen, die erste Typ ist die sogenannte synthetische Definition, das ist nicht ein besonders gebräuchlicher Ausdruck, etwas gebräuchlicher ist die Rede von der stipulativen Definition. Die stipulation ist eine Aufforderung, etwas, was ich so hinwerfe und was Sie dann akzeptieren sollten, warum es synthetisch heißt, es ist die Schaffung eines neuen Begriffes, es wird ein neuer Begriff durch eine bestimmte Synthese geschaffen, das ist eine synthetische Definition und die Beispiele, die ich Ihnen gebe, sind Beispiele, wo ein neuer Begriff, einen, den Sie noch nicht gekannt haben, der restlos neu ist, einfach eingeführt wird, und zwar mittels einer Definition. Also bevor Sie in dieser Vorlesung waren, haben Sie wahrscheinlich den Begriff des Hauptzeichens einer Formel nie gehört, nie gesehen, nie daran gedacht, Sie haben ihn nicht mal vermisst. Und erst dann, wo ich Ihnen gesagt habe, so, und übrigens hier dieses Dings da, das nennt man das Hauptzeichen einer Formel. Dann ist das eine stipulative Definition, ich sage einfach, passt auf Leute, wir nennen dieses Ding jetzt dann folgendermaßen, das ist eine Vereinbarung, die ich also vorschlage, und dann wird einfach dieser Begriff eingeführt, oder extensionale Interpretation, ist auch etwas, was Sie nie gewusst haben, oder Wahrheitstafel einer Formel, das sind typische stipulative Definitionen, wo man einen neuen Begriff einführt. Und diese stipulativen Definitionen sind klarerweise Konventionen, das sind also Übereinkünfte, das sind Festsetzungen, um etwas abzukürzen. Also ich führe den Begriff des Hauptzeichens einer Formel ein, da steht dann derjenige Jungtor, der zwischen den beiden größten Teilen der Formel steht, und das kann man einfach dann abkürzen und sagt einfach, nun das ist einfach das Hauptzeichen der Formel. Und das ist entweder praktisch oder nicht, wenn Sie es nicht Hauptzeichen nennen wollen, können Sie es auch, weiß ich nicht, Prinzipalzeichen nennen, aber normalerweise nennen die Leute das eben Hauptzeichen, das ist eine Konvention, weil man einfach ein Wort einführt. Entsprechend sind solche Arten von Definitionen weder wahr noch falsch. Sie können nicht sagen, es ist eine falsche Definition, sondern die ist einfach zweckmäßig oder unzweckmäßig. Also wenn man öfters über das, was dann Hauptzeichen heißt, reden will und darauf hinweisen will, dann sagt man, schau dir doch mal das Hauptzeichen an, ist das einfacher als jedes Mal diesen langen Satz zu sagen, derjenige, derjenige, Jungter, der und so weiter. Also, das sind synthetische Definitionen, die man im Normalleben praktisch niemals verwendet. Sie führen normalerweise im Leben, also in Wissenschaften manchmal, aber normalerweise im Leben führen sie nicht irgendwelche neuen Wörter ein. Sondern dann nehmen sie die Wörter, die man hat und redet mit denen und sie sagen nicht so, weil sie da so eine Art Privatsprache machen würden, das kennen die anderen dann gar nicht. Und das machen wir normalerweise nicht. Das gibt es natürlich in Wissenschaften, wo sie auf irgendwelche neuen Sachverhalte stoßen, wie zum Beispiel in der Logik, aber auch in empirischen Wissenschaften, wo es dann mal sagt, okay, das Ding hier, das nenne ich jetzt dann so oder dann können wir immer darauf bezüglich. Also, das ist die synthetische oder stipulative Definition. Und die Frage ist dann, handelt es sich bei uns dann, was im Folgenden kommt, darum oder vielleicht nicht. Jetzt gibt es einen anderen Definitionstyp, den kann man nennen die analytische Definition. Und die wird auch genannt analytische oder beschreibende oder lexikalische Definition. Und das ist die Analyse eines Begriffes, den es schon gibt, eines bestehenden Begriffes, klingt nicht so, eines in Gebrauch befindlichen Begriffes, und zwar durch die Angabe seiner Merkmale, die miteinander notwendig und hinreichend für das Zutreffen des Begriffs sind. Also, das klingt ein bisschen technisch, kommt gleich ein Beispiel. Also, sie nehmen einen Begriff, den sie schon kennen, zum Beispiel der Begriff Junggeselle oder Buch oder Vorlesung oder Demokratie, und sie versuchen, eine analytische oder lexikalische Definition zu geben, indem sie angeben, welche Merkmale einer Demokratie oder so einer Sache immer notwendigerweise zukommen, weil sie eine Demokratie ist. Und dann hoffen sie, dass sie so viele Merkmale am Schluss zusammen haben, dass es dann auch hinreicht, um eine Demokratie zu charakterisieren. Also, die Angabe der notwendigen und hinreichenden Kriterien für die angemessene Begriffsverwendung, das ist eine Vorstellung, die in die Antike zurückgeht, wo typischerweise Sokrates in den platonischen Dialogen danach fragt, was ist denn dann eigentlich die Tugend, und dann werden die Leute herausgefordert, eine Definition zu geben, der Tugend oder Vortrefflichkeit, wie immer man aritär übersetzen soll, und wo danach gesucht wird, was sind denn die Kriterien dafür, unter welchen Bedingungen darf dieser Begriff angemessen verwendet werden. Lexikalische Definitionen, sowas suchen sie auch im Lexikon, wenn sie irgendeinen neuen Begriff hören, und sie wissen gar nicht, was das ist, und sie schauen dem Lexikon nach, dann erwarten sie, dass sowas wie eine Definition kommt, die ihnen dann eben sagt, das bedeutet der Begriff, und wenn du eine Sache von dieser Art vor dir hast, dann kommen dir notwendigerweise die folgenden Merkmale zu. So, das ist natürlich was Schönes, wenn man sowas hat, also das Standardbeispiel, mit dem es auch immer funktioniert, diese analytische Definition, das ist der Junggeselle, also Junggeselle ist nicht identisch mit Single, wie Sie wahrscheinlich wissen, ja, Single ist was anderes, also da ist ein neues Begriff, ein neuer Begriff wird da reinkommen, Junggeselle ist eigentlich ein bisschen altmodisch, oder? Gebrauchen die Jungen noch Junggeselle? Ne, Single oder nicht Single, oder? Und das andere bezieht sich ja auf Institutionen wie Heiraten und Nichtheiraten und sowas, und die sind ja deutlich in den Hintergrund getreten. Also, bei Junggeselle, da geht es, bei Single ist es eben schon nicht so ganz einfach zu sagen, was ein Single ist, bei Junggeselle ist es relativ einfach, das ist ein unverheirateter, nicht verwitweter, heiratsfähiger, und das heißt volljähriger Mann, ja, also jetzt auch für die Jungen, die das Wort gar nicht mehr kennen, das ist eine lexikalische Definition, dass sie jetzt wissen, wenn dann ihre Eltern oder Großeltern von Junggesellen reden, dann meinen die sowas, ja. Also, unverheirateter, nicht verwitweter, heiratsfähiger Mann, also das, vielfach wird das heiratsfähig gar nicht genannt, aber Dreijährige nennt man weder Singles noch Junggesellen, ja, also das sind weder das eine noch das andere. Aber auch bei Fünfjährigen nicht, sondern die müssen schon ein bisschen älter sein, also ob man zum Beispiel, 15-Jährige können von sich wohl sagen, sie seien Single, ja, 12-Jährige ist vielleicht schon ein bisschen komisch. Also, ich will ja nicht in die Details gehen, da funktioniert das jedenfalls, also sie haben einfach diese Merkmale, unverheiratet, nicht verwitwet, heiratsfähig und Mann, und wenn sie die haben und jemand ist unverheiratet, nicht verwitwet, heiratsfähig und Mann, dann ist er auch ein Junggeselle, ja, ganz notwendigerweise. Und wenn sie einen Junggesellen vor sich haben, wissen sie, der hat diese vier Eigenschaften, ja. Und zwar völlig wurscht, ob er einen Ring trägt oder keinen, dann ist der das. Also, das ist einfach sehr schön, wenn man einen Begriff sozusagen so gänzlich auseinandernehmen kann in diese Merkmale, wobei man bei den Merkmalen natürlich dann wieder weiterfragen kann, aber das ist im Moment nicht das Thema. So, analytische Definitionen haben, so kann man sagen, eine Klärungsfunktion. Es wird Ihnen dann klarer, was der Begriff genau bedeutet. Ja, wie gesagt, bei Junggeselle funktioniert das wunderbar, darum finden Sie auch in Logikbüchern und Sprachphilosophiebüchern immer wieder dieses Beispiel, weil es so gut funktioniert. Bei anderen Wörtern funktioniert es nicht ganz so gut. Zunächst mal aber die Bemerkung, dass solche analytischen Definitionen nicht wirklich wahr oder falsch sind, das kann man schlecht sagen. Also, nicht so ganz, sondern man kann eher sagen, sie sind eben sprachlich angemessen oder unangemessen. Man wird sagen, ja, genau so verwenden wir das Wort Junggeselle, dass wir es danach, aber es ist nicht irgendwie eine substanzielle Wahrheit, die da ausgesprochen wird. Also, man kann es eventuell schon sagen, aber eher sagt man angemessen oder unangemessen. Es ist ein großes und interessantes Problem der Sprachphilosophie, ob sich für alle einigermaßen fixierten, also bestimmten Begriffe, Definitionen geben lassen. Das ist ein ganz großes Thema seit Mitte des 20. Jahrhunderts, weil die Vorstellung, die uns seit Schulzeiten und immer schon begleitet, ist die Stereotype Vorstellung, ja, wenn ein Begriff irgendwie nicht ganz klar ist, wie man den verwendet, dann müssen wir ihn erst definieren. Das ist diese Standardvorstellung, die wir in den Köpfen haben und das ist wirklich was, was in die westliche Tradition hereingekommen ist, wirklich über die Anfänge der Philosophie, also die platonische, sokratisch-platonische Philosophie, wo die Frage war, ah, da ist jetzt ein Begriff und wir wissen nicht genau, was bedeutet der, was ist da eigentlich los und dann muss man einfach, wie das im Griechischen, dann heißt Logon didonai, also man muss den Logos angeben und das ist in Logos, heißt in diesem Zusammenhang dann eben eine Definition und wenn man sich fragt, ja, was ist denn die Definition, ja, dann musst du eben diese Bedingungen angeben, die Attribute, die der jeweiligen Sache zukommen, weil sie diese Sache ist, die sie ist. Also, weil ein Junggeselle eben das ist, was er ist, ist er eben unverheiratet, nicht verwitwerteiratsfähig und ein Mann. Und die Vorstellung, die wirklich seit der Antike jetzt in unserer westlichen Tradition vorhanden war, muss man sagen, dass Begriffe, die einigermaßen fixiert sind oder determiniert sind, eben deshalb einer Definition fähig sind. Also, die Vorstellung ist noch etwas schärfer zu sagen, die Bedeutung eines Begriffes ist etwas, was in einer Definition ausdrückbar ist. Das ist Ihnen vielleicht so selbstverständlich noch, dass Sie gar nicht merken, dass das eine ganz massive These ist und Mitte des 20. Jahrhunderts ist diese These eben in Zweifel gezogen worden, womöglich sind auch wohlbestimmte Begriffe nicht von der Art, dass man tatsächlich das, was sie bedeuten, was sie wohlbestimmt bedeuten, nicht, dass sie irgendwie vage sind oder wischiwaschi, sondern sehr wohl wunderbar bestimmte Begriffe, dass man dennoch das, was diese Begriffe besagen oder was sie bedeuten, nicht in der Form einer Definition fassen kann. Das ist die These jedenfalls, die Wittgenstein, der späte Wittgenstein, ins Spiel gebracht hat, insbesondere in den philosophischen Untersuchungen von 1953, wo er insbesondere an dem Beispiel des Begriffs des Spiels sich überlegt, ob man eine Definition finden könnte, also was ein Spiel ist, und sich dann anschaut, ob man also irgendwelche notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die angemessene Verwendung des Begriffes Spiels finden kann und zu dem Schluss kommt, man kann keine finden, sondern die Bedeutung dieses Begriffs Spiels ist von einer Art, die sich nicht in einer Definition explizieren lässt. So, und das war jetzt die analytische Definition und jetzt kommt die sogenannte Explikation, der dritte Typ von Definition und den führe ich jetzt ein, indem ich sie sozusagen frage, zumindest rhetorisch, was für eine Typdefinition wir in der Meta-Logik eigentlich suchen. Da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, denn es soll, so sage ich, hinauslaufen auf eine Definition des Begriffs der logischen Folgerung, und wir hatten ja auch schon Begriffe logische Wahrheit, logische Falschheit eingeführt, und da haben wir nicht drüber nachgedacht, oder ich habe Sie nicht dazu aufgefordert, drüber nachzudenken, um was für eine Typdefinition es sich handelt, sondern es war irgendwie, das ist Ihnen einfach runtergegangen, ich habe es einfach vorgeführt, und dann hoffe ich, haben Sie gesagt, ja, das ist vernünftig an den Beispielen und so, und jetzt müssen wir uns aber etwas mehr Gedanken machen. Auf der einen Seite wollen wir nämlich mit den Definitionen in der Logik an den Sprachgebrauch natürlich anknüpfen, und an unser Vorverständnis. Also ich habe Ihnen ja als erstes in der Vorlesung natürlich ein Beispiel für eine logische Folgerung gegeben, Sie darauf aufmerksam gemacht, und Sie sagen, da, schau her, wenn Sie hier Prämissen, Konklusion zwingen, das ist hier logische Folgerung, und das war nichts absolut Neues für Sie. Ich knüpfe also an etwas an, was Sie kennen, wir kennen logische Folgerung. Das ist das eine. Wir knüpfen an den Sprachgebrauch an, andererseits kann es aber natürlich sein, dass dieser Sprachgebrauch vage ist, und dass ein bestimmtes Vorverständnis in diesem Sprachgebrauch drin ist, von logischer Folgerung, das unklar, vage oder sogar widersprüchlich sein kann. Also wir haben in der Umgangssprache die unterschiedlichsten Dinge, die da eingebaut sind, deren wir uns gar nicht bewusst sind, die normalerweise nicht zu Bewusstsein kommen, und die Umgangssprache funktioniert trotzdem irgendwie als Medium der Verständigung, aber wenn man genauer hinschaut, dann können da sehr merkwürdige Dinge versteckt sein, und das würden wir dann natürlich ausschließen wollen. Wir würden uns also in der Logik, wenn wir sagen, wir möchten verstehen, was eine logische Folgerung ist, und wenn jetzt da verschiedene Assoziationen sind, die widersprüchlich sind, in diesem Vorverständnis von logischer Folgerung, dann würde man sagen, Moment einmal, da müssen wir erstmal Klarheit bekommen, im Fadenkästchen, da müssen wir erstmal verstehen, also worauf wollen wir jetzt hinaus, und eventuell sagen, pass mal auf diese Bedeutungskomponente, die lassen wir jetzt mal auf sich beruhen, sondern es geht jetzt um die hier, und die wollen wir jetzt herausholen. Also, wir müssen uns irgendwie dann klar werden können, und wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe, und zwar ein Beispiel aus der Destille, das ist diese Nordstadtkneipe, nicht weit weg von hier, das ist ein fiktiver Dialog, der aber sicher vielfach dort stattfindet, der eine fragt den anderen, nimmst du noch ein Bier, und der andere sagt, logisch. Dann sehen Sie, hier ist was mit Logik am Tun, was womöglich nicht dasjenige ist, worum es jetzt dann hier geht. Also der, der mit logisch, der sagt wahrscheinlich sowas wie, ja, das ist ja fast zwangsläufig, oder natürlich, ich könnte genauso gut sagen, natürlich, aber natürlich und logisch ist sicher nicht das Gleiche. Aber auch dort, jetzt sehen Sie, da ist in dem logisch eine Bedeutungskomponente mit drin, die wir jetzt, zumindest nicht in ihrer ganzen Fülle, wie sie in diesem Destillendialog vorkommt, mitnehmen können, in den Begriff der logischen Folgerung. Das müssen wir irgendwie loswerden. Und deswegen, also das hat mit Logik im engeren Sinne offenbar nichts zu tun. Das ist so vielleicht metaphorischer Gebrauch, wie man das beschreiben will. Das ist jedenfalls was, was wir nicht mitnehmen wollen. Also diese Biertisch-Dialoge. Wir wollen irgendwas anderes. Und deswegen haben diese gesuchten Definitionen, jetzt für den Begriff der logischen Folgerung etwa, sowohl einen analytischen und einen synthetischen Anteil. Also so komisch das jetzt klingt, da meinen Sie, das ist ja wie Feuer und Wasser. Ja, aber es ist so. Also auf der einen Seite, der analytische Anteil besteht eben daran, dass wir wirklich anknüpfen wollen an dem, was wir logische Folgerung nennen. Auf der anderen Seite, wir aber relativ willkürlich bestimmte Dinge ausschließen. Also eben den Distillenanteil, den wollen wir rausschmeißen. Das können Sie nicht an dem Sprachgebrauch ablesen. Der Sprachgebrauch ist einfach so, wie er ist. Aber ich sage einfach, passt mal auf, wir wollen jetzt auf die logische Folgerung, wie an diesen Beispielen exemplifiziert und da können wir diesen Sprachgebrauch wie in diesem Destilledialog, den können wir nicht brauchen, den müssen wir mal beiseite lassen. Lassen wir mal ruhen, schauen wir mal. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die wir machen, die nicht in der Sprache selber vorgegeben ist, sondern da kommen wir und denken drüber nach und sagen, nee, also das will ich jetzt nicht haben, aber das will ich haben und das ist insofern relativ zum Sprachgebrauch eine willkürliche Festlegung. Und das ist natürlich genau das, was auch in den stipulativen oder synthetischen Definitionen passiert. Sie legen willkürlich etwas fest. Sie sagen, ich nenne jetzt im Folgenden dasjenige Zeichen, das Hauptzeichen einer Formel. Und das machen Sie einfach autonom und sagen, ich mache das so. Das ist eine Konvention, die Sie einführen. Machen Sie einfach aus. Willkürlich in diesem Sinn. Und so ist es auch bei diesen Explikationen, die haben also ein willkürliches Element und diese Art von Definition, die nennt man dann Explikationen. Jetzt schauen Sie an, das ist jetzt wieder sowas, Explikationen, das ist jetzt wieder eine stipulative Definition. Der Begriff der Explikationen ist jetzt eingeführt durch eine stipulative Definition, also nicht eine besonders kunstgerechte, weil ich Ihnen einfach klar, versuche klarzumachen, wo man dahin will und das, was sich dann daraus ergibt, ist eine Explikation. Das ist also eine Veränderung des Sprachgebrauchs und die Frage ist jetzt, wie man diesen synthetischen Anteil, also diesen stipulativen, diesen willkürlichen Anteil, wie man den auswählen soll. Wie mache ich das jetzt? Also warum nehme ich gerade jetzt diesen Destilleanteil im Begriff logisch weg und behalte irgendwie den anderen, also was leitet mich dort eigentlich? Wie tue ich das? Was denke ich mir dabei? Und da kann man ungefähr sagen, also wirklich auch nicht viel mehr als ungefähr, was diese Explikation machen soll. Die soll genauer und für den entsprechenden Wissenschaftszweig fruchtbarer sein als der ursprüngliche Begriff. Wir wollen ja auf einen Begriff der logischen Folgerung hinaus, der dann möglichst genau ist, wo man möglichst viel versteht, so dass wir dann in dem Wissenschaftszweig formale Logik genau verstehen, womit wir es zu tun haben bei den logischen Folgerungen. Und deswegen schauen wir darauf, dass wir die Bedeutungskomponenten des alltäglichen Begriffes mitnehmen, die in diese Richtung gehen und die anderen schmeißen wir raus. Das ist also so eine Vorstellung von Genauigkeit und Fruchtbarkeit. Dennoch aber soll es so sein, dass der neue Begriff eine gewisse Ähnlichkeit mit dem alten hat. So, jetzt wenn Sie das lesen, dann sagen Sie, ja, das ist ja unglaublich präzise, was der Heuningen uns da erzählt. Das ist natürlich hoffnungslos vage, wenn man es so hinschreibt und das kann nicht so anders sein. Das gibt Ihnen nur die Richtung an. Jetzt auf der abstraktesten Ebene gibt das einfach sozusagen grob den Fahrplan an. Da wollen wir hin. Wir wollen das Zeug, was wir nicht haben wollen, was uns nicht interessiert, was in dem Kontext nicht wichtig ist, das lassen wir weg und wir nehmen das mit, was wir brauchen können, hinsichtlich dem, dass es am Schluss dann fruchtbarer wird und genauer wird. Naja, sieht man das von vornherein? Das sieht man natürlich nicht von vornherein, dazu muss man es ausprobieren. Dann kann man natürlich 20 Anläufe machen und im 21. klappt es dann. Das müssen Sie nicht machen. Ich führe Ihnen das vor, sozusagen gleich den Anlauf, wo es sich für eben jetzt eine lange Geschichte gibt, diesen Begriff der logischen Folgerung zu explizieren. Aber das ist das, was real passiert bei diesen Arten von Explikationen. Das ist deswegen wichtig, weil wir es in der Philosophie immer wieder auch mit Explikationen zu tun haben, auch in den Wissenschaften zum Teil, wo man normalerweise gar nicht großartig drüber nachdenkt, aber es lässt sich auf abstrakter Ebene dann auch nicht viel mehr sagen als sowas. Und wie gesagt, das ist natürlich schon ziemlich vage. Aber Sie werden dann sehen, in der Anwendung wird das nicht so schlimm sein. Gut. Wir suchen also etwas in der Logik, die Definitionen, die wir suchen, die sind also zwischen analytischen und synthetischen Definitionen. Nicht einfach willkürlich, aber auch nicht einfach sklavisch am Sprachgebrauch, sondern wir nehmen den Sprachgebrauch und schauen, isolieren da was draus raus, was uns interessiert, nämlich dann logische Folgerung, was für die logische Folgerung wichtig ist und streben dann etwas an, was man eine Explikation nennen kann, wobei nicht besonders klar ist, wie genau die Explikation dann durchgeführt wird. Dazu jetzt, um diese Explikation sozusagen auf den Weg zu bringen, verwendet man ein bestimmtes Hilfsmittel. Also verwendet man, dieses Hilfsmittel ist eingeführt worden von einem Philosophen, Rudolf Karnab, der hat das das erste Mal formuliert. Der ist so, da weiß ich die Geburtsdaten nicht mehr. Also das spielt auch keine Rolle, Hauptsache hat er hier was Gutes gemacht. Jetzt ist er tot, aber Adäquatsbedingungen kann man immer noch verwenden. Das sind also Forderungen, die man an die Explikation, jetzt konkrete Forderungen, die man an die Explikation eines Begriffes stellt. Sie sagen also, in diesen Bedingungen, in diesen Adäquatheitsbedingungen schreibe ich die Forderungen auf, denen mein explizierter Begriff, also dieser etwas veränderte Begriff und deutlicher gewordene Begriff, dann genügen soll. Sie sind Zwischenschritte auf dem Weg zu einer Explikation. Also wir wollen eine Explikation haben, sagen wir jetzt, hier haben wir irgendeinen komischen Sprachgebrauch, ja wie komme ich jetzt da hin, jetzt muss ich da irgendwelche Sachen weglassen und manche muss ich drin lassen und dann möchte ich darüber, ja wie mache ich denn das konkret. Und dazu wird gesagt, dazu schreibt man Adäquatheitsbedingungen auf, in denen man die Forderungen, die das Explikat, so nennt man es dann, die Explikation des Begriffes, genügen soll. Die schreibe ich einfach auf und hoffe dann, wenn ich die erfüllt habe, oder wenn ich mir überlege, wie ich die erfüllen kann, dass ich auf diese Weise, schrittweise tatsächlich zu einer Explikation des Begriffes komme. Das sind also notwendige Bedingungen an die Explikation, etwas, was die Explikation erfüllen muss, das heißt notwendige Bedingungen, das will ich haben, ich sage, das ist das, was ich haben will und im Idealfall ist es so, wenn ich alle diese Bedingungen hingeschrieben habe, dann kann ich daraus mir das Explikat, also die Explikation des Begriffes daraus konstruieren. Das ist die Vorstellung. Also wir kriegen in diesen Bedingungen, kriegen wir irgendwie auf die Reihe, was wir drin haben wollen, in dieser Explikation und im günstigsten Fall ist es so, wenn ich die Bedingungen alle aufgeschrieben habe, dass es dann genau einen Begriff gibt, der genau diese Bedingungen erfüllt und der ist dann die gesuchte Explikation. Der erfüllt dann eben genau alles das, was wir haben wollen. So, das klingt jetzt hier auch wieder noch fürchterlich abstrakt und Sie können wahrscheinlich nicht so fürchterlich viel damit anfangen, deswegen muss man das an dem Beispiel durchspielen und das Beispiel wird jetzt genau dieses sein, für das wir uns interessieren, nämlich die aussagenlogische Folgerung. Da werden Sie dann gleich sehen, wie das mit diesen Adäquatheitsbedingungen funktioniert. Das lohnt sich also wirklich, dieses Instrument der Adäquatheitsbedingungen zu verwenden. Ich habe also jetzt in meiner philosophischen Arbeit der letzten Jahrzehnte immer wieder mit Adäquatheitsbedingungen gearbeitet, weil es so ein Zwischenschritt ist, dass man sich überlegt, so, was will ich denn jetzt eigentlich haben, wenn ich mir den Begriff anschaue? Also ich habe in den unterschiedlichsten Kontexten mit irgendwelchen Begriffen zu tun gehabt, also ich habe mal eine Arbeit gemacht über Vertrauen und wo ich mir einfach gefragt habe, was ist denn eigentlich Vertrauen, was ist denn das eigentlich? Das ist so eine typische Sache, wo man eben dann draufstößt in der Philosophie, dass man versucht, so eine Begriffsklärung zu machen und dann schaut man sich so Beispiele an und überlegt sich, was dann, was bei solchen Beispielen dann eben dazugehört, was dann dieses, was das Vertrauenselement eben ausmacht oder nicht ausmacht und dadurch kann man so langsam in eine gewisse Klarheit kommen, was mit einem Begriff gemeint ist. Und das werden wir hier sehen und Sie werden es an dem Beispiel, hoffe ich jedenfalls, dann einigermaßen überzeugend finden, auch wenn die abstrakte Darlegung von diesen Adäquatheitsbedingungen notwendigerweise sehr vage ist. Und wir fangen jetzt wieder mit einem Beispiel an, ein Beispiel, das wir, glaube ich, schon mal hatten. Hans war betrunken oder er stand unter Drogeneinfluss, Hans war nicht betrunken, also Hans stand unter Drogeneinfluss. Zweifellos ein zwingender Schluss, ja, wir haben also betrunken oder, als eine war er nicht, dann muss das andere sein. Also ein zwingender Schluss und das ist eine aussagenlogische Folgerung, warum die so heißt, sehen wir jetzt natürlich noch nicht genau, das wird dann noch kommen, aber das ist so ein Beispiel für eine aussagenlogische Folgerung. Jetzt müssen wir wieder noch einen Zwischengang einlegen, etwas, was ich in der ersten Sitzung, glaube ich, schon angedeutet habe oder genannt habe, aber was wir jetzt vertiefen müssen, damit wir genau wissen, worauf wir hinaus wollen, wenn wir jetzt, wenn wir über die Korrektheit von Schlüssen reden, wir müssen unterscheiden die Korrektheit oder Richtigkeit oder Gültigkeit der Folgerungsbeziehung von der Wahrheit der Konklusion. Das geht im Deutschen immer wieder durcheinander. Wenn man sagt, das ist ein richtiger Schluss oder ein wahrer Schluss, dann ist nicht klar, ob man die Wahrheit des Schlusssatzes meint, der Konklusion, also von dem hier, oder ob man meint, tatsächlich folgt dieses hier aus dem oben. Und das ist zweierlei und ich werde Ihnen jetzt dann in aller drastisch, in aller möglichen drastisch zeigen, wie zweierlei das ist. Das ist wichtig, dass man das klar bekommt. Warum muss man das klar bekommen? Damit man weiß, worüber man reden will. Und wir wollen reden über die Korrektheit der aussagenlogischen Folgerung. Im Deutschen ist das vermengt mit dem, mit der Wahrheit der Konklusion und deswegen müssen wir diese Bedeutungskomponente, die Wahrheit der Konklusion, die müssen wir loswerden. Die muss raus, weil wir sonst über was reden, was eben mal die Korrektheit der Folgerung, mal die Wahrheit der Konklusion meint. Und als erstes muss ich Sie davon überzeugen, dass das wirklich zwei verschiedene paar Stiefel sind, metaphorisch gesprochen. Und das zeige ich Ihnen dadurch, warum. Es gibt nämlich alle Kombinationen von der Wahrheit einer Konklusion und der Korrektheit eines Schlusses. Also es gibt korrekte Schlüsse mit falscher Konklusion, es gibt korrekte Schlüsse mit wahrer Konklusion, es gibt inkorrekte Schlüsse mit wahrer Konklusion und es gibt inkorrekte Schlüsse mit falscher Konklusion. Also das variiert absolut unabhängig voneinander. Wenn Sie wissen, der Schluss ist korrekt, wissen Sie gar nichts über die Wahrheit der Konklusion. Wenn Sie wissen, die Konklusion sei wahr oder falsch, wissen Sie gar nichts über die Korrektheit des Schlusses. Sie sind vollkommen unabhängig voneinander. Und dann ist natürlich klar, dass man das unabhängig voneinander behandeln sollte. Wenn Sie es Ihr eine als Indiz für das andere nehmen, machen Sie einfach einen schweren Fehler. Diese Indizbeziehung besteht einfach nicht. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach Beispiele dafür und mit denen dürfen Sie dann in die Pause gehen. Das geht aber doch ein bisschen. Also die Korrektheit eines Schlusses ist vollkommen unabhängig von der Wahrheit der Konklusion. Das eine sagt Ihnen nichts über das andere aus. Begründung. Und jetzt müssen wir einfach Beispiele anschauen. Es gibt korrekte Schlüsse, das ist der erste Fall, mit falscher Konklusion. Und da nehmen wir hier also diesen korrekten Schluss. Hans war betrunken oder er stand unter Drogeneinfluss. Hans war nicht betrunken. Hans stand unter Drogeneinfluss. Zweifellos ein korrekter Schluss. Nehmen wir aber an, das merkwürdige Verhalten von Hans rührt von einem epileptischen Anfall her. Der Schluss ist nach wie vor korrekt. Es ist halt natürlich, die Prämisse ist dann nicht mehr korrekt, weil die Prämisse etwas nicht in Betracht zieht. Der Schluss ist korrekt, aber die Konklusion ist falsch. So ist es. Das gibt es eben, weil die Prämissen falsch sind, klarerweise. Dann sind die Prämissen und Konklusion falsch, der Schluss ist aber nach wie vor korrekt. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, das habe ich aus einem Buch, das ist wirklich ganz extrem, wo der Autor dann auch zu Recht, kann man sagen, fragt, warum nicht alle Logiker in der Klapsmühle landen. Und das Beispiel ist das folgende. Also alle Kreise sind viereckig, einige Dreiecke sind Kreise, daraus folgt logisch, einige Dreiecke sind viereckig. Das ist ein korrekter Schluss. Das ist ein korrekter Schluss. Also einige Dreiecke sind Kreise, alle Kreise sind viereckig, dann sind natürlich einige Dreiecke sind viereckig. Wenn Sie versuchen, die Prämissen und die Konklusion zu verstehen, haben Sie ein Problem. Wenn Sie verstehen wollen, was das heißen soll. Es ist aber nicht zu leugnen, dass der Schluss korrekt ist. Der Schluss ist einfach korrekt. Wenn alle Kreise viereckig sind und wenn einige Dreiecke Kreise sind, ich weiß nicht, was Sie sich dabei denken, aber wenn das so ist, dann ist klar, dass einige Dreiecke viereckig sind. Also, das Ganze ist natürlich extrem. Das ist klar. Wie gesagt, der Autor des Buches, ich habe im Moment den Titel des Buches vergessen, es wird aber in meinem Logikbuch zitiere ich, der sagt eben, man wundert sich, wenn Logiker sich mit sowas beschäftigen, dass sie nicht alle in der Klapsmühle landen. Wenn das die Haupt- und ausschließende Beschäftigung von Logikern wäre, ist die Frage, glaube ich, wirklich berechtigt. Also, das begründet das Erste, es gibt also korrekte Schlüsse mit falscher Konklusion. Sowas gibt es einfach. Dann, es gibt korrekte Schlüsse mit wahrer Konklusion. Das ist das, was man natürlich ganz gerne hat und das wäre das Beispiel 2.19. Wenn die Prämissen wahr sind, der Schluss ist korrekt, dann ist natürlich auch die Konklusion wahr. Das ist sozusagen das, warum man eigentlich Schlüsse so gern hat, korrekte Schlüsse, weil sie eben bei korrekten, wenn sie korrekt sind und die Prämissen wahr sind, dann ist auch die Konklusion wahr. Es gibt inkorrekte Schlüsse mit wahrer Konklusion und wenn wir zum Beispiel dieses hier nehmen, wenn es regnet, ist die Straße nass, es regnet nicht, also die Straße ist nicht nass. Warum ist das ein inkorrekter Schluss? Warum? Also es kann andere Gründe geben, dass die Straße nass ist, also wenn es regnet, ist die Straße nass, ist ja okay, es regnet nicht, die Straße ist nicht nass, folgt natürlich daraus nicht, sondern es könnte, weil es andere Gründe geben kann. Das ist natürlich nicht zwangsläufig, wenn Sie die Prämissen akzeptieren, dass Sie dann die Konklusion akzeptieren. Der Schluss ist also nicht korrekt, dennoch kann natürlich die Konklusion wahr sein. Völlig in Ordnung, die Konklusion kann natürlich wahr sein, der Schluss ist so inkorrekt, wie er sein mag, aber es kann natürlich sein, schauen Sie raus, die Straße ist einfach nicht nass, ganz einfach. Also es gibt inkorrekte Schlüsse mit wahren Konklusionen und es gibt natürlich auch inkorrekte Schlüsse mit falscher Konklusion und dazu nehmen wir jetzt genau das, was Sie genannt haben, nämlich diesen Schluss wieder und es ist einfach an den Getränketransporter umgestürzt. Dann ist die Straße nass, die Straße ist tatsächlich nass, der Schluss ist dennoch inkorrekt. Der Schluss ist einfach inkorrekt, dennoch ist es so, dass die, also das heißt dennoch und es ist so, dass die Konklusion falsch ist. Also was die Beispiele zeigen sollen, es ist wirklich zweierlei, ob ich von der Korrektheit eines Schlusses rede oder ob ich von der Wahrheit einer Konklusion rede und diese beiden Dinge muss man jetzt auseinandernehmen und sagen, was wollen wir uns denn anschauen? Wir wollen uns anschauen, die Korrektheit von Schlüssen und wollen die Wahrheit von Konklusionen mal auf der Seite lassen. Und jetzt wissen wir, worauf wir hinaus wollen. Jetzt haben wir also einen Teil auch, nicht nur den Destilleteil von Logik, sondern wir haben auch bei korrekten Schluss oder richtigen Schluss, wie immer man dann redet, haben wir eine Bedeutungskomponente, die im Deutschen dann mit reinspielt, haben wir auf die Seite geräumt, sind uns klar, aha, das ist dann manchmal mitgemeint, das wollen wir jetzt aber nicht, sondern wir wollen lediglich auf diese Korrektheit der Beziehung zwischen Konklusionen, also der Folgerungsbeziehung zwischen Prämissen und Konklusionen raus. Und deswegen müssen wir uns das jetzt genau anschauen. Dann machen wir uns mal an die Arbeit, nachdem wir jetzt so einen langen Anlauf genommen haben. Und schauen wir uns nochmal den Beispielschluss an. 2019, Hans war betrunken oder stand unter Drogeneinfluss, Hans war nicht betrunken, Hans stand unter Drogeneinfluss. Wir haben jetzt gelernt, dass wir in der Explikation von logischer Folgerung, die wir suchen, nicht darauf schauen dürfen, ob die Konklusion wahr ist. Denn das ist nicht das, worauf wir aus sind. Im Deutschen ist es eben so, wenn ich sage, ein wahrer Schluss oder korrekter Schluss, weiß ich nicht so recht, meine ich die wahre Konklusion oder meine ich die Folgerungsbeziehung. Das haben wir jetzt auseinandergenommen, jetzt haben wir gemerkt, im Deutschen geht das irgendwie durcheinander. Das, was wir explizieren wollen, ist aber nicht, was heißt es, dass eine Konklusion wahr ist, das ist was anderes, auch ein interessantes Thema, aber es ist ein anderes Thema, sondern wir wollen wissen, was ist das Spezifische der Beziehung, das zwischen den oberen Sätzen hier, den Prämissen, und der Konklusion steht, so dass diese Konklusion sich zwingend aus den Prämissen ergibt, falls ich die Prämissen akzeptiere. Es geht uns also um die Folgerungsbeziehung und nicht um die Wahrheit der Konklusion. Deswegen sehen wir, sind wir unterwegs zu einer Explikation des Begriffs der logischen Folgerung, weil wir uns nicht mehr an den Sprachgebrauch halten, im Sprachgebrauch, wo das eben durcheinander ist. Das ist aber zweierlei, ob eine Konklusion wahr ist oder ein Schluss korrekt ist, auch wenn es dazwischen bestimmte Verbindungen gibt, aber die sollen Sie jetzt noch vergessen. Und wir uns klar sind, dass es uns jetzt darum geht, diese korrekte Folgerungsbeziehung, die auch an so idiotischen Beispielen wie mit den runden Dreiecken, die viereckig sind, exemplifiziert werden kann. Also, darauf wollen wir jetzt losgehen und die Frage, die wir jetzt stellen können, um zu diesen Adäquatheitsbedingungen zu kommen, das fällt jetzt so ein bisschen vom Himmel natürlich, aber es ist nicht ganz unplausibel, dass man sich fragt, wovon hängt denn die Korrektheit des Schlusses eigentlich ab? Was ist eigentlich sozusagen der Mechanismus, der irgendwie da dahinter steht, dass wir das als einen korrekten Schluss wahrnehmen? Und hier ist ganz klar, was man sofort sieht, zumindest wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dass das wiederholte Vorkommen von Teilaussagen eine Rolle spielt. Das ist ganz klar, da kommt das hier vor, das eine oder das andere, dieses hier nicht, also das erstere nicht, also das andere, und hier kommt wieder das, was hier oben drin vorgekommen ist. Also es ist ganz klar, der Schluss lebt von dem Wiederholen von Teilaussagen. Ohne Wiederholen von Teilaussagen geht da gar nichts. Also irgendwie spielt das eine Rolle mit und deswegen können wir gleich an die erste Bedingung sagen, die in diesem Begriff der logischen Folgerung in irgendeiner Weise vorkommen muss, die Gültigkeit des Schlusses ist abhängig vom mehrfachen Vorkommen bestimmter Teilaussagen. Also das ist fürchterlich wenig, was bisher gesagt, ist, aber es lohnt sich jetzt mal festzuhalten. Davon hängt es ab. Wir wissen noch sehr wenig, aber vielleicht brauchen wir viele Bedingungen, vielleicht reichen fünf oder zwölf, aber schreiben wir doch mal alles auf, was wir schon sehen und sagen, ja, das muss drin vorkommen, das ist das, wonach ich suche. Also das ist die erste, dieses wiederholte Vorkommen, mehrfache Vorkommen von bestimmten Aussagen beziehungsweise Teilaussagen. Das ist das Erste. Weiter spielen ganz offensichtlich die Jungtoren eine Rolle. Also das hier steht, also beim Beispiel, das hier steht, der Jungtor hier oder, also das eine oder das andere, dann hier wird gesagt, nicht das eine und dann kommt also das andere. Also das heißt, dieses oder und das nicht spielt natürlich mit. Ja, ist klar. Weil das oder sagt hier, du hast zwei Möglichkeiten und das nicht kickt gerade eine Möglichkeit raus, dann bleibt die andere übrig. Oder dann bleibt die andere eben zwangsläufig übrig, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt. Und diese zwei Möglichkeiten wird eben über das oder gemacht und das rauskicken wird über das nicht gemacht. Ja, deswegen spielen die Jungtoren selbstverständlich für die Gültigkeit des Schlusses eine Rolle. Das ist klar, wenn sie das nicht zum Beispiel weglassen, Hans war betrunken oder stand in der Droge, Hans war betrunken, ja, so und jetzt, was ja auch nichts Gescheites. Also auf jeden Fall folgt nicht dieses hier dann raus, dass da der Drogeeinfluss steht. Also die Jungtoren, die spielen irgendwie mit und das können wir auch gleich wieder festhalten. Die Gültigkeit des Schlusses ist abhängig von bestimmten in ihm vorkommenden Jungtoren. Von bestimmten in ihm vorkommenden Jungtoren. Das ist nicht extrem präzise, aber man kann das sagen, irgendwie spielen die Jungtoren mit. Wie die mitspielen, ist noch eine andere Frage, aber wenn ich irgendwie genauer sagen will, wie dieser Schluss funktioniert, dann muss also die Wiederholung von Teilhassagen irgendwie mitspielen und es müssen in irgendeiner Weise die Jungtoren mitspielen. Das ist nicht besonders präzise im Moment, aber wir machen einfach mal eine Liste, was wir alles haben wollen. Eine Wunschliste und am Schluss schauen wir, ob wir das irgendwie zusammenfriemeln können. Offenbar spielt der Sinn der involvierten Teilaussagen aber keine Rolle. Und das sehen Sie sofort, wenn Sie das formulieren als A1 oder A2, nicht A1, also A2 und Sie sagen, Sie wissen nicht, wofür A1 und A2 stehen, das sind irgendwelche Aussagen, können Sie selbstverständlich feststellen, dass der Schluss korrekt ist. Weil es halt wieder genau dasselbe ist. Ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ist das eine der Fall oder das andere ist der Fall, das erstere ist aber nicht der Fall, also ist das weitere der Fall. Und da sehen Sie sofort, Sie müssen gar nicht wissen, was das A1 ist, ob das mit dem Hans und Drogen und Epilepsie oder das, weißt du, völlig irrelevant, das brauchen wir gar nicht. Darauf kommt es nicht an. Der Mechanismus des Schlusses oder das, was die Gültigkeit irgendwie erzeugt, lebt nicht davon, vom genauen Inhalt. Er lebt davon, dass dieses A1 das gleiche A1 ist wie da. Und er lebt davon, dass der Jungtor hier steht und dieser Jungtor. Aber er lebt nicht davon, was das A1 inhaltlich sagt. Das spielt irgendwie nicht eine Rolle. Merkwürdigerweise, ist aber so. Damit kann ich die nächste Bedingung aufschreiben, die Gültigkeit des Schlusses ist unabhängig vom Sinn der in ihm vorkommenden Teilaussagen. Das ist eventuell ein bisschen überraschend, aber es ist völlig klar, Sie können eben da einsetzen, was Sie wollen. Oder es gibt Drogeneinfluss, oder es spielt keine Rolle. Sehen Sie sofort, sobald Sie einfach nur A1 und A2 sagen und wissen, das steht für eine Aussage, ist völlig klar, wenn die Aussage hier wiederholt wird, also dieses A1 hier wiederholt wird mit dem Nicht und dann bleibt einfach von diesen beiden Möglichkeiten bleibt einfach nur das A2 üblich und das kann ich dann einfach daraus folgen. Ganz klare Sache. Uns hängt nicht davon ab, was jetzt inhaltlich das A1 genau besagt oder nicht. Wir haben also damit schon eine dritte Bedingung. Sie werden vielleicht sagen, ich habe fürchterlich wenig hier in der Hand mit diesen drei Bedingungen. Stimmt ja auch, aber ich mache ja auch alles ganz schön langsam. So, was wir bisher herausgesucht haben, ist lediglich, wovon die Gültigkeit des Schlusses abhängt beziehungsweise nicht abhängt. Das ist fürchterlich wenig, also wenn Sie irgendwas klären wollen und Sie können nur sagen, es hängt davon ab, es hängt davon nicht ab, haben Sie längst noch nicht alles in der Hand, was Sie in der Hand haben wollen. Es ist zunächst mal nur etwas, wenn man diese Schritte macht, dass man dann weiß, aha, davon ist die Abhängigkeit, gut, vielleicht nützt mir die was, vielleicht nützt sie mir nichts, sie wird uns nützen, ich verspreche es Ihnen. Und die Frage, die man aber jetzt stellen kann, okay, wir wissen, wovon sie abhängt, aber worin besteht denn die Gültigkeit? Was ist denn das, wenn ich sage, der Schluss sei gültig? Was macht die Gültigkeit denn aus? Nun, das hatte ich Ihnen auch vorbereitend schon in einer frühen Sitzung gesagt, das ist der sogenannte Wahrheitstransfer, Nämlich, dass die Wahrheit der Prämissen die Wahrheit der Konklusion garantiert. Also, wenn Sie die Wahrheit der Prämissen haben, dann kriegen Sie auch die Wahrheit der Konklusion. Wenn Sie die haben, dann kriegen Sie die Wahrheit. Wenn die Wahrheit der Prämissen nicht gegeben ist, dann wissen Sie nicht, was los ist. Aber wenn die Prämissen wahr sind, dann überträgt sich das eben zwangsläufig auf die Konklusion. Das ist das, was die Gültigkeit des Schlusses ausmacht. Und das sehen Sie eben bei dem Schluss natürlich sofort, wenn das wirklich so ist, das A1 oder A2 und wenn es wirklich so ist, das nicht A1, dann kriegen Sie einfach mit Notwendigkeit A2. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Niemand sagt Ihnen, ob die erste Prämisse oder ob die zweite Prämisse, sondern es ist alledlich, wenn die Prämissen akzeptiert sind, dann ist das zwangsläufige Gerade eben die Konklusion, an der kommt man dann nicht mehr vorbei. So, darin besteht die Gültigkeit. Und das kann man eben folgendermaßen sagen, eben Wahrheitstransfer ist eine Formulierung oder man kann sagen, wahre Prämissen treten niemals mit einer falschen Konklusion auf bei einem korrekten Schluss. Das ist genau der Witz der Sache. Sie wissen einfach beim korrekten Schluss, wenn die Prämissen wahr sind, dann kann ich auch auf die Konklusion bauen, das liefert mir gerade die Korrektheit des Schlusses. Und das kann man jetzt wieder in der vierten Bedingung formulieren, Bedingung 4, die Gültigkeit eines Schlusses verlangt Wahrheitstransfer, das heißt, dass niemals eine wahre Prämissenkonjunktion mit einer falschen Konklusion auftritt. Und jetzt habe ich hier das gleich so ein bisschen technischer geschrieben, eine wahre Prämissenkonjunktion, ich mache gleich die Konjunktion von allen Prämissen und die ist ja genau dann wahr, wenn alle Prämissen wahr sind. Die Konjunktion funktioniert ja so mit dem Und, dass es gerade dann war mit dem Und, wenn die einzelnen Konjunktionsglieder wahr sind, das wissen Sie von der Konjunktion her und deswegen kann man das sozusagen relativ kompakt formulieren, dass man sagt, okay, eine wahre Prämissenkonjunktion tritt niemals zusammen mit einer falschen Konklusion auf bei einem korrekten Schluss. Das ist der Witz der Sache. Das ist jetzt das Inhaltliche, was die Gültigkeit besagt. Die Gültigkeit sagt Ihnen eben diesen Wahrheitstransfer und das ist das, was die Schlüsse eben interessant macht, dass Sie da die Wahrheit von etwas eben auf etwas anderes eben transferieren können oder eben von der Wahrheit, wenn Sie wissen, dass die Prämissen wahr sind, dann wissen Sie eben auch bei einem korrekten Schluss, dass die Konklusion wahr ist. Und erstaunlicherweise wird es so sein, also vielleicht sollte ich das noch sagen, Bedingung 4 sagt also etwas über die Korreliertheit von Wahrheitswerten in korrekten Folgerungen. Die Korreliertheit, den Zusammenhang, das Zusammen, das Voneinander Abhängen. Die Wahrheitswerte der Konklusion hängen eben ab in einer bestimmten Weise von dem Wahrheitswert der Konjunktion und zwar nur für den Fall, dass die Konjunktion wahr ist. Darauf kann man Sie nicht verpflichten, aber die Korrektheit sagt eben, wenn du zufälligerweise oder absichtlicherweise oder irgendwie wahre Prämissen hast, dann kriegst du aber auch eine wahre Konklusion. Das garantierte die Korrektheit des Schlusses. So, jetzt sieht das so aus, als hätten wir hier nur relativ wenig bisher festgehalten in diesen vier Bedingungen. Die ersten drei Bedingungen sind ja fast lachhaft, wenn man sagt, wovon das abhängt. Und jetzt hier noch dieser Wahrheitstransfer. Tatsächlich ist es so, das werden Sie jetzt dann sehen, führe ich Ihnen vor, dass diese vier Bedingungen einen einzigen Begriff der logischen Folgerung determinieren. Es gibt nur einen einzigen, der diese vier Bedingungen erfüllt. Und das ist der, den wir suchen. Und das muss ich Ihnen aber zeigen, das geht ein paar Schritte, das wird in vielfach in Logikbüchern, wird das überhaupt nicht so gemacht mit Adäquatheitsbedingungen und allem möglichen, sondern ich schreibe dann irgendwann hin, also so, das ist einfach die korrekte Folgerung, da müssen Sie das schlucken. Während hier der Ehrgeiz ist, dass man das wirklich genau im Detail versteht, warum man genau zu diesem Begriff der logischen Folgerung dann kommt, der der Standardbegriff ist in der formalen Logik. Und das müssen wir jetzt machen. Dazwischen müssen wir aber noch was überlegen. Das ist so, in diesem Kapitel hier über den logischen Folgerungen, da geht es immer, da kommen Vorüberlegungen, da kommt wieder eine Zwischenüberlegung, weil einfach so viel, man muss über vieles dann nachdenken, und es geht halt nicht anders. Man kann sich nämlich fragen, sind wir denn mit diesen vier Adäquatheitsbedingungen zufrieden? Reicht uns das? Müsste man nicht noch eigentlich eine weitere Adäquatheitsbedingung einführen, den sogenannten Falschheitstransfer? Sollte man nicht für korrekte Schlüsse noch das folgende verlangen, Bedingung 5, die Gültigkeit eines Schlusses verlangt Falschheitstransfer, das heißt, dass niemals eine falsche Prämissenkonjunktion zusammen mit einer wahren Konklusion auftritt. Und er wird doch sagen, wenn der Schluss korrekt ist, dann darf doch das eigentlich nicht passieren. Also was Falsches oben drinnen, aber unten kommt was Wahres raus. Das ist doch nicht in Ordnung. Also klar, ich möchte, dass die Wahrheit transferiert wird, aber möchte ich nicht eigentlich auch, dass wenn die Prämissen schon falsch sind, dass ich unten dann aber wirklich auch was Falsches kriege. sonst ist ja das völlig irreführend, wenn ich in der Konklusion was Wahres kriege und dann was Wahres kriege, dann würde ich dann sagen, ja, dann sollten doch die Prämissen eigentlich auch wahr sein. Das hätte man doch irgendwie gerne. Also das scheint mir eine naheliegende Sache zu sein, dass man sagt, nee, nee, also das reicht jetzt noch nicht, diese ersten vier Bedingungen, wir brauchen noch diese fünfte Bedingung. Vielleicht, man kann auch noch fragen, ob man das vielleicht noch abschwächt, dass man sagt, okay, nur wenn alle Prämissen falsch sind, also alle Prämissen falsch, dann möchte ich keine wahre Konklusion haben. Also im einen Fall ist ja nur die Prämissenkonjunktion, da könnte eine Prämisse falsch sein und andere sind wahr, dann soll man nicht ein bisschen mehr noch verlangen. Also, auf diesen Streit müssen wir uns aber nicht einlassen, also ob man welche Variante man jetzt nimmt von Bedingungen 5, weil wir Bedingungen 5 sowieso verwerfen werden, also mit guten Gründen gleich. Aber ich hoffe, Sie verstehen, dass die Überlegung einfach, es geht uns darum, diese intuitive Idee von der Korrektheit eines Schlusses, also dann genauer zu fassen, auseinanderzunehmen, was da alles drin steckt und dann ist es eigentlich eine naheliegende Überlegung, zu sagen, ja, also der Mechanismus dieser Übertragung von Wahrheit, der sollte eigentlich auch die Übertragung von Falschheit machen. Wenn oben mal, wenn die Prämissen alle falsch sind, Herrgott, dann darf doch bei einem korrekten Schluss auch nichts Wahres unten rauskommen, da müsste auch was Falsches rauskommen. Also schauen wir mal an, wie das ist, wie das mit dieser Bedingung steht und dazu nehmen wir das folgende Beispiel, wenn Tasso ein Hund ist, dann ist Tasso Vegetarier, wenn Tasso Vegetarier ist, dann jagt Tasso gerne Katzen und daraus folgt, wenn Tasso ein Hund ist, dann jagt Tasso gerne Katzen. Also, das ist zweifellos ein korrekter Schluss. Also wenn der das Tasso ist, dieses hier, dann ist er dieses hier und wenn er das ist, dann ist er jenes hier und wenn daraus folgt natürlich, dass Tasso ein Hund ist, dann können Sie das sozusagen Vegetarier überspringen, dann jagt Tasso gerne Katzen. Und was wir in dieser Situation haben, also wir haben einen zweifellos korrekten Schluss, aber es ist ganz klar, dass die Prämissenkonjunktion falsch ist. Weil wirklich jede der beiden Prämissen einmal wirklich Blödsinn ist. Also wenn Tasso ein Hund ist, dann ist er gerade nicht ein Vegetarier und wenn er ein Vegetarier ist, dann jagt er deswegen nicht Katzen. Das ist einfach Unsinn. Also Unsinn, das ist einfach falsch. Der Schluss ist aber korrekt und das sehen Sie einfach dran, wenn Sie den Schluss jetzt mit Abkürzungen schreiben. Also wenn H dann V, wenn V dann J und daraus folgt natürlich, wenn H dann J. Sie kommen von dem H zum V, vom V zum J, also kann ich vom H zum J gehen. Das ist halt ein Zwischenschritt dazwischen. Also der Schluss ist korrekt, da gibt es gar nichts dran. Und jetzt habe ich also die Situation, ich habe einen korrekten Schluss hier, das ist überhaupt keine Frage, in dem Moment, wenn ich mich also um die Inhalte nicht kümmere, aber es ist auch klar, dass es hier ein Beispiel gibt, das Beispiel 223, wo ganz klar ist, dass die Prämissenkonjunktion falsch ist und die Konklusion aber wahr ist. Und jetzt die Frage, was machen wir jetzt? So, jetzt stehen wir da. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können natürlich sagen, nein, ich glaube nicht, dass das ein korrekter Schluss ist. Dann haben wir wirklich ein Riesenproblem. Denn der Schluss heißt einfach, wenn H dann V, wenn V dann J, also wenn H dann J und ich weiß nicht, wie man daran vorbeikommen kann. Auch wenn Ihnen das nicht passt, das mit dem H und dem V, also was es dann inhaltlich sagt, also das H steht natürlich für Hasso und V für Vegetarier und J steht für Jagen. Also nur damit Sie merken, wie raffiniert diese Abkürzungen gewählt sind, um Ihr Gedächtnis nicht mit Plunder zu belasten, sondern nur mit wichtigen Dingen. Also, wenn man den Schluss anschaut, so wie in 223a hingeschrieben, wenn irgendein Schluss korrekt ist, dann der. Das ist doch einfach zwangsläufig. Also müssen wir irgendwie, müssen wir jetzt damit leben, mit Beispiel 223. Es findet offensichtlich kein Falschheitstransfer statt. Ist nicht so. Oben ist es stinke falsch. Die Falschheit überträgt sich aber nicht auf die Konklusion. Ja, und warum ist das so? Sollen wir jetzt Bedingung 5 aufgeben? Naja, da müssen wir einfach mal anschauen, wie denn das funktioniert, wie denn diese Falschheit, warum diese Falschheit nicht übergeht auf die Konklusion und ob wir damit leben können. Müssen wir anschauen. Also, was ist der Mechanismus sozusagen der Entstehung der wahren Konklusion als den falschen Prämissen in diesem Schluss hier? Also, in dieser Kurzschreibweise. Und es ist hier einfach so, dass sowohl das, wenn H dann V falsch ist, als auch das, wenn V dann J falsch ist, aber in gewisser Weise kürzt sich dieses V, das die ganze Falschheit hier generiert, wenn H dann V, stimmt ja gar nicht. Wenn V dann J, stimmt ja auch nicht. Aber dieses V, das kürzt sich gewissermaßen raus. Und übrig bleibt, wenn H dann J. Und das V kommt gar nicht mehr vor. Und das V macht hier oben alles falsch. Weil einfach dies, wenn H dann V nicht stimmt und wenn V dann J, stimmt auch nicht. Das ist einfach falsch, stimmt nicht. Und das kürzt sich aber irgendwie raus und am Schluss kommt was Wahres raus. Also, der Mechanismus ist so, dass Sie diese Falschheit zwar in den Prämissen drin haben, die Falschheit sich aber in dem Schlussmechanismus, so wie er ist, rausgekürzt ist und sowas scheint es einfach zu geben. Es ist so, dass Sie an dem Zwingenden des Schlusses nicht vorbeikommen und man deswegen diese zunächst mal plausible Bedingung 5 mit dem Falschheitstransfer aufgeben müssen. Das scheint mir zwangsläufig. Auch hier werden Sie sehen, in Logikbüchern wird es überhaupt nicht typischerweise diskutiert, weil man sozusagen, es war sowieso klar, da ist was rauskommen soll. Aber es ist eine Überlegung, an der man jetzt auch was lernt, nämlich die, dass man so eine Vorstellung hat, so eine Intuition hat und sagt, ja, sollte man nicht eigentlich auch Falschheitstransfer mitnehmen? Ja, sollte das nicht in die Definition eingehen? Und da muss man drüber nachdenken, muss ich fragen, ja, muss man ein Argument finden, ob man es mitnehmen soll oder nicht mitnehmen soll? Jetzt das Argument, das wir hier finden können, ist einfach, dass wir so einen Schluss vor uns haben, der keinen Falschheitstransfer aufweist, wo wir aber an der Korrektheit des Schlusses einfach nicht wirklich rütteln können. Sie können nicht ernsthaft sagen, wenn Sie den Schluss so sehen, wenn H dann V, dann V dann J, das dann nicht gilt, wenn H dann J, wenn es geht einfach nicht, das ist einfach das, was die Korrektheit ausmacht, oder? Diese Art von Zwangsläufigkeit, wenn Sie das akzeptieren, dann müssen Sie das akzeptieren, und genau die Zwangsläufigkeit, das heißt, das ist nicht irgendwie sozusagen minderwertig oder schwächer, weil es die Möglichkeit gibt, dass hier lauter falsches Zeug steht, so wie in Beispiel 223, ohne das A, wo man da sieht, dass das wirklich falsch ist. Also, und wenn man dann sieht, aha, die Korrektheit von Schlüssen, das ist etwas, was die Möglichkeit offen lässt, oder die Möglichkeit nicht offen lässt, sondern einschließt, die Möglichkeit einschließt, dass sich so etwas, so ein falschheitsgenerierendes V, ein in den Prämissen falschheitsgenerierendes V, dass sich das durch den Schlussmechanismus sozusagen herauskürzt, rauseliminiert wird, sodass am Schluss was Wahres dasteht. Das ist etwas, was der Mechanismus korrekter Schlüsse zulässt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sagen, okay, jetzt ist die Sache klar. Bedingung 5 ist eine Bedingung, obwohl sie zunächst mal plausibel scheint, die man nicht haben kann, weil wir unterschätzen mit Bedingung 5, also die Plausibilität von Bedingung 5 unterschätzt genau diese Möglichkeit des Herauskürzens, metaphorisch gesprochen, von falschheitsgenerierenden Teilsätzen. Die haben wir nicht auf dem Schirm, sondern wir haben auf dem Schirm, ah, toll, Wahrheitstransfer, okay, also nehmen wir doch auch Falschheitstransfer, passt doch gut zusammen. Dann schaut man sich genauer an, schaut sich Beispiele an, überlegt sich, wie kommt der Falschheitstransfer zustande, kann ich hier an der Korrektheit des Schlusses zweifeln, nicht wirklich, kann ich den Falschheitstransfer, den nicht eintretenden Falschheitstransfer verstehen, den kann ich verstehen, weil dieses V eben hier, das die Falschheit generiert, nachher rausgekürzt ist und wir sagen, aha, okay, also ich muss diese intuitive Vorstellung von Falschheitstransfer, die zunächst plausibel war, die muss ich aufgeben. Das merke ich nur durch Nachdenken. Ich muss erst sozusagen den Gedanken fassen, sagen, überlegen, hey, wer hat Falschheitstransfer, wäre das nicht auch was Tolles hier, Adäquatheitsbedingung 5, da muss man darüber nachdenken, es diskutieren, abwägen gegeneinander, was tut mehr weh, was tut weniger weh und hier muss man einfach sagen, es tut am wenigsten weh, wenn ich sage, nein, das war einfach eine vorschnelle, plausible, aber vorschnelle Idee mit dem Falschheitstransfer, die wir tatsächlich nicht weiter verfolgen können, weil wir sonst einfach diesen Schluss für ungültig erklären müssten und der Preis ist viel zu hoch, der ist unakzeptabel. Das ist so ein guter Schluss wie irgendein guter Schluss und den können wir nicht aufgeben, auch wenn es die Möglichkeit gibt, dass die Prämissen dann falsch sind und die Konklusion war. Also, Falschheitstransfer gestorben. Wir werden noch einmal zurückkommen werden auf die Möglichkeit oder die Frage nach einer Verschärfung der Adäquatheitsbedingungen. Wir werden nämlich dann, das werde ich Ihnen zeigen, kommt also später dann nochmal ein Abschnitt, weil wir bestimmte Ergebnisse haben werden, wo man sich dann nochmal fragt, Moment einmal, müssen wir da nicht noch was tun, müssen wir nicht mit den Adäquatheitsbedingungen nochmal rumspielen? Also, was Sie hier sehen ist, wir starten mit einem bestimmten Begriff, dann merken wir, aha, falsche Konklusion und korrekter Schluss ist zweierlei, okay, was spielt beim korrekten Schluss mit, okay, Wahrheitstransfer, denken wir, oh, Moment einmal, Falschheitstransfer, dann muss man wieder überlegen, ja, Falschheitstransfer muss man eliminieren, korrekter Schluss ist stärker und dann werden wir diese Bedingungen, die wir dann haben, eins bis vier, werden wir benutzen, um daraus den entsprechenden Begriff uns dann zu basteln und dann werden wir wieder Zweifel kriegen, wenn wir sagen, ah, müssen wir nicht doch nochmal eine weitere Bedingung hinzufügen? So ist es eben, so ist es, wenn man über Begriffe nachdenkt und wenn man mit Beispielen und dann überlegt, was man haben will, das ist so ein Prozess, das geht nicht sozusagen, so absolut geradlinig, weil man in gewisser Weise nur nachdenken kann, Sie haben nicht irgendwelche großen unabhängigen Daten, sondern diese, wo Sie was messen können oder beobachten können, sondern Sie müssen einfach Beispiele und da muss man drüber nachdenken, wie man mit den Beispielen zurechtkommt und was man will, was man im Blick hat und dabei müssen Sie sozusagen, gibt es nicht viele Haltestangenäußere zum Festhalten, sondern Sie müssen einfach sagen, okay, ich will wissen, was die korrekte logische Folgerung ist und dann müssen Sie rumspielen und beginnen, das führe ich Ihnen eben hier vor mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie man das machen kann, eben den Adäquatheitsbedingungen und dass der Prozess womöglich dann wieder ein Stück zurücktreten muss, nochmal überlegen, andere Adäquatheitsbedingungen, mehrere Variationen und dann eventuell zu einem Schluss kommen, also zu einem, nicht Schluss, sondern zu einem Ergebnis kommen, das eindeutig ist. So, also, im Moment heißt das, leben wir jetzt mit diesen vier Adäquatheitsbedingungen und nehmen keine fünfte hinzu, die haben wir mit Gründen verwerfen können. Also, die haben wir nicht deswegen verworfen, weil wir sie gar nicht gesehen haben, sondern wir haben sie gesehen, überlegt und dann gesagt, die wollen wir nicht, die macht Ärger, die können wir nicht brauchen.